Wer seid ihr? Sehr! Ha 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 ha... Masko... Kramp! Und zusammen sind wir... Eine Gruppe versperrt, die angehört wurde, um zu sorgen, dass ihr euch aus dem, was ihr in der Macht heraushalten sollt. Und was will nicht? Und jetzt? Ich hab in letzter Zeit mit Don trainiert, damit ich ihm beistehen kann, sollte es wieder zu so einer Situation, die mit den Spinnen kommen. Und nun ist die Zeit reif, meine Fähigkeiten einzusetzen. Und was machen wir jetzt? Ich habe selber noch eine geheime Kampftechnik auf Lager. Und die wäre? Flossen hoch, oder ich knall euch ab. Wir ergeben uns ja schon. Wer hat euch angeheuert? Wissen wir nicht. Ein Mann, schwarze Jacke, Kapuze, weiße Handschuhe, ein helles Fell, seine Stimme verstellt. Er hat uns einen Haufen Geld gegeben. Der meinte, wir sollten Ausschau nach Leuten halten, die so aussehen, wie ihr es tut, und den Verkäufer des Kerzenladens etwas fragen. Das heißt also, dass die Person uns kennen muss? Wissen wir nicht. Habt ihr eine Art Treffpunkt? Wo habt ihr den Mann gesehen? Bei der verlassenen Spielothek? Da werdet ihr aber nicht viel finden. Da lungern viele Leute rum. Wir haben nichts mehr zu sagen. Nehmt die Waffe runter. Macht, dass sie verschwindet. Nicht sie denn hier! Hilfe, ich will zu meiner Mami! Und jetzt? Jesse, du gehst mit mir zu dieser Spielothek. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas finden können. Mo, Alex, ihr geht nochmal zu Len nach Hause und guckt, ob ihr eventuell noch irgendwelche weiteren Hinweise finden könnt. Alles klar. Wer sieht schlau aus? Äh, der da vielleicht? Guten Tag. Moin. Haben Sie zufällig jemanden gestern hier gesehen, der so aussah? Hm, ja, der war gestern hier, hat mit drei Typen geredet und denen eine echt krass Menge Geld gegeben. Sonst noch was? Ja, da war was. Er hat mir fünf Euro gegeben und gesagt, dass wenn Mädchen kommen, die so aussehen, wie ihr es tut, ich denen auf keinen Fall sagen soll, dass sein Name... Also, ich gucke im Obergeschoss und du suchst hier unten. Okay. Alex, schau mal, was ich gefunden habe. Duftkerzen kaufen, Schläger anheuern, Obdachlosen bestechen, Lern entführen, Zettel liegen lassen, Bombe installieren. Alex, Mo, wir wissen nun, wer das Schuldige ist. Stehenbleiben! Keine Bewegung! Seid ihr vom Pitcher-Dienst? Leider nicht.